Kurz zur Erklärung für unsere Zuschauer. Wir sind hier im Süd Bayerns und wir sind hier bei einer Kletteraktion. Weitere Details folgen später. Reißen? Ja. Soll ich noch vorbeikommen? Ich glaube es nicht. Läuft das schon? Ja. 3, 2, 1. 4, 2, 1. 2, 3. 4, 3. Wir schauen uns das erstmal an. Also, wir gucken euch das drauf an. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Das war's für heute. Das ist mein Blut. Okay. Bereit? Ja. Soll ich noch runter gehen? Das glaube ich nicht. Ich geh mal lieber runter. Läuft das schon? Ja. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, eins. Drei, eins. Drei, eins. Vielen Dank.